Wir von Wohnwaggon und der Dorfschmiede sind dabei beim Kongress bewusst gemeinsam leben im September. Wir haben über die letzten Jahre mit unseren Kunden, mit unserem Team gesehen, wie viele Menschen auf der Suche sind nach neuen Formen, wie kann Wohnen in der Zukunft ausschauen, wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass das lebensbejahend ist, ein Leben in Fülle ist und trotzdem ressourcenschonend und haben da erste Antworten gefunden, die wir gerne teilen möchten. Im Sinne von Autarkie, von Leben in einem geschlossenen Kreislauf, auch in Gemeinschaft, reduziert aufs Wesentliche und mit den Ressourcen, die die Natur uns gemeinsam bietet. Wir haben einige Lösungen mitgebracht und möchten eben auch in Austausch gehen und ermutigen dazu, die eigenen Wege zu gehen. Wir stellen unser Projekt die Dorfschmiede vor, wo wir mit Gutenstein gemeinsam ein autarkes Dorf aufbauen möchten, ein Dorf der Zukunft und zeigen eben mit dem Wohnwaggon, wie nachhaltiges Wohnen in der Zukunft ausschauen könnte.